stark, was der Dax da macht. Er hat einen Rücksetzer geleistet, der nur das Minimum ausgenutzt hat als Rücksetzerbewegung in etwa gleiches Tief. Eigentlich wäre es schick gewesen, wenn er nochmal tiefer gegangen ist. Nach gestern war es nicht so richtig zu erwarten gewesen, denn wir sind gestern auch schon relativ steil nach oben gelaufen. Man hatte irgendwie den Eindruck, macht er das noch oder macht er das nicht? Jetzt inzwischen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich da meine Bedenken, dass er ernsthaft diese Zone nochmal anstrebt hier. Ich gehe davon aus, dass er vorläufig einfach keine Lust hat mehr auf Negativ, sondern jetzt sagt, ja komm, jetzt haben wir das Minimumausmaß, das haben wir gesehen, jetzt lassen wir das. Ganz kurz nochmal, was war das mit dem Minimumausmaß? Seitwärts Korrektur, gleiche Höhe ist so eine Orientierung. Trotz alledem, eine Korrektur sollte typischerweise gerne so in diese klassische Kiste reinlaufen, 38, 50, 61, 8. Aber ihr seht, das muss nicht so sein. Im Gegenteil, eigentlich erzähle ich euch da immer so ein bisschen was, muss das wirklich da in die Kiste rein? Nee, aber wenn er in der Kiste ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es tiefer geht, abnehmend, wenn er noch oberhalb der Kiste dreht, was natürlich auch geht. Also wir haben hier ein Live-Beispiel, dass das natürlich geht. Dann ist die Wahrscheinlichkeit noch größer als 50 Prozent, dass er eigentlich noch tiefer reingeht nach da unten. Inzwischen würde ich davon aber ausgehen, na komm, hier, er hat seinen Spaß gehabt. Das muss genug gewesen sein an Korrektur. Er hat es hier nicht ganz ausgenutzt. Das kann passieren. In dem Fall scheint das so zu sein. Für all diejenigen, die eh ja längerfristig bullisch sind, überhaupt gar kein Problem, kein Nachteil. Im Gegenteil, haben wir jetzt gar nicht so die schlechtesten Chancen, dass wir vorläufig noch weiter nach oben streben. Und dafür kommen wir nochmal auf das kleinere Bild zurück. 15-Minuten-Chart. Wenn ich mir das angucke, man hat so ein bisschen den Eindruck, hier war mal eine Pause, zack, dann hier war mal eine Pause und jetzt sind wir wieder unterwegs. So mehr oder weniger. Man könnte den Eindruck haben, dass es bald zu Ende ist mit diesem Anstieg. Vorsichtig, nicht verwechseln mit dem Übergeordneten. Der wird wahrscheinlich noch weitergehen. Die 18.000 haben wir immer noch fest im Blick. Ob mit oder ohne so einen Umweg, das spielt dabei ehrlich gesagt gar nicht die ganz große Rolle. So, also, wenn ich sowas angucke, eigentlich würde ich mir dann wünschen, mach doch mal ein Päuschen, wieder hier so ein Rücksetzer. Das wäre etwas, damit muss man rechnen. Also, für all diejenigen, die jetzt möglichst eng mit ihren Stops argumentieren wollen, im Moment würde ich sagen, da sollte er nicht mehr drunter gehen. Wenn er das tatsächlich macht, dann muss man sich überlegen, was ist das? Ja, es gibt noch eine Chance, nämlich, dass wir hier unterwegs sind, quasi dreiwillig nach oben und dann hätten wir quasi so die erste als Abwärtsbewegung, die nächste als Aufwärts und anschließend noch mal runter. Das ist noch nicht ganz vom Tisch. Für die ganz langfristig Guckenden ist immer noch die 15.100er Marke in etwa etwas, was ich nicht mehr unterschritten sehen möchte. Alles, was oberhalb ist, hat noch eine ganz gute Chance, immer noch bullisch zu sein. Also, selbst wenn dieses Bild kommt. Das ist aber, wenn ich ehrlich bin, vorläufig zumindest mal nicht mein Favorisiertes. Deshalb mache ich das schnell weg. Sonst kommt der Eindruck auf, na, so wird das wohl kommen. Aber nur, dass ihr wisst, so ein Szenario für ein Korrekturmuster ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Deshalb die Überlegung, na ja, aber wenn er das dann irgendwie dann doch noch mal macht, also sprich nach der ersten, nach der zweiten noch mal hier runter, na ja, dann ist diese Marke, die ich hier euch angezeichnet habe, ja durchaus eine interessante Marke, wo man sagen kann, okay, da können wir dann davon ausgehen, dass wir da vorläufig nicht mehr durchgehen. Also, das wäre das. Ich würde sogar noch eine Stufe weiter gehen. Ich mache ja immer die 78,6er Marke. Wenn wir das mal hier anlegen, ja, aber da muss man auch die richtigen Knöpfe drücken, wenn man das alles noch mal weg, also vom tiefsten Punkt hier da bis zum aktuell höchsten Punkt. Alles an Rücksetzern, was jetzt in diese Zone hier reinkommt, das wäre ja quasi wieder die blaue Kiste. Aber vorsichtig, das sieht jetzt so ein bisschen aus, dass ich jetzt erwarte, dass der Kurs runter geht. Nee, nicht zwingend. Es ist durchaus denkbar, dass wir noch ein bisschen weiter hoch gehen. Hier sieht es ja auch so halbwegs fünffällig aus und später erst runter gehen. Aber für mich muss ich mir ja mal irgendwie Gedanken machen, was sind denn die schönsten bullischen Anzeichen und alles, was oberhalb dieser 78er Marke ist, das ist 16.090 in etwa beim DAX-Index, ist für mich völlig in Ordnung. Insbesondere, wenn Rücksetzer korrektiver Natur sind, sind das eher Einstiegsszenarien, ähnlich wie das, was wir vorher immer mal hatten. Dann sind das Möglichkeiten, da noch mal in den Markt reinzukommen. Also ihr seht, ich bin weiterhin auf der bullischen Seite, da hat sich nichts dran geändert. Eigentlich ist es ein starkes Zeichen, dass die Marktteilnehmer gesagt haben, ja, typisch wäre da, warten wir aber nicht drauf. Das bedeutet ja, dass die Marktteilnehmer sagen, bevor ich den Einstieg für den nächsten Anstieg verpasse, gehe ich lieber rein, damit ich rechtzeitig da mit drin bin. Also, beste Voraussetzung aktuell für den bullischen Markt. Das heißt niemals, dass der Markt nicht massiv fallen kann. Aber es sieht absolut überhaupt nicht danach aus. Deshalb, man muss sich darauf im Moment nicht zwingend vorbereiten. Und ein sinnvoller Stopp aus nächster Ecke ist eben diese 16,090 in etwa oder 87, sagte mir hier beim Index hier auf der Marke genau. Natürlich, wenn man jetzt hier den ganz kurzfristigen gehandelt hat, dann sollte man sich überlegen, engeren Stopp hinterher zu ziehen. Aber da erzähle ich euch wahrscheinlich nichts Neues. Nehmt dann irgendwie Nachziehlogik, um ganz eng mit dabei zu bleiben. Aber für die etwas übergeordnet Guckenden wäre Rücksetzer in dieser Größe erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Korrektiv da rein wäre völlig in Ordnung. Wer das jetzt gar nicht lesen kann, die obere Seite der Box, falls es jetzt sofort dreht. Aber wie gesagt, wenn es jetzt nochmal 10 oder 50 Punkte weiter hoch geht, muss ich natürlich die Zeichnung neu anpassen. Dann sind auch die Linien natürlich etwas höher. Das ist ja klar, es ist ja immer relativ zu diesem Anstieg. Aktuell aber zur Orientierung ungefähr 16,260 Oberseite und 150 Unterseite in etwa. Also das wäre ganz normal. Wie gesagt, ich mache hier bewusst ein Fragezeichen, damit ihr jetzt nicht davon ausgeht, dass ich jetzt weiß, dass der Kurs hier dreht. Das weiß ich nicht. Das kann ab jetzt passieren. Klettert er weiter, macht die Zeichnung einfach von da bis zu dem dann höchsten Punkt. Und dann habt ihr neue Linien. Fibonacci, das sind immer die Orientierungspunkte. Und ihr wisst, wo ihr dann euren Stopp hinsetzen könnt für diese Überlegung. Und beim Dow Jones? Ja, da haben wir ja gestern schon gesagt, eigentlich, was soll man da sagen? Es ist ein bullischer Markt hier. Eigentlich ist das, was wir hier beim DAX im 15-Minuten-Chart hatten, das, was ich hier beim Dow Jones sehe, also ein Anstieg hier. Alle Rücksetzer in diese Zone sind völlig erstmal kritiklos. Idealerweise sollten sie kleiner sein als der Rücksetzer. Das hatten wir letztens häufiger mal besprochen, wegen internen und Überlappungen. Wenn es kleiner sein sollte, dann idealerweise nicht mehr unter die 34.800 Rücksetzer. Aber bis dahin, insbesondere korrektiver Natur, völlig unkritisch. Freue ich mich drauf. Gibt neue Chancen, nochmal einzusteigen, Position nochmal zu erweitern, nochmal mitzumachen. Das wäre erstmal überhaupt gar kein Problem. Also ihr seht, bullisches Bild hier nach wie vor, im 15-Minuten-Chart, so ein bisschen Intraday. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass aktuell so der Schwung ein wenig nachlässt. Also warum hat man den Eindruck, naja, wenn ich mir angucke, wir hatten hier schnelle Bewegungen, Rücksetzer, schnelle Bewegungen, kleinere Rücksetzer, schnelle Bewegungen und jetzt sieht man schon die Pausen. Irgendwie hat man den Eindruck, der Vortrieb lässt so ein bisschen nach. Also mich würde es gar nicht wundern, wenn wir bald in diese Pause reingehen. Deshalb Tipp für alle, die kurzfristig eben unterwegs sind, zieht einen Stop hinterher, damit ihr einigermaßen eng dran bleibt an der Geschichte Parabolic-Supertrend. Wären jetzt so zwei Möglichkeiten. Parabolic vielleicht ein bisschen zu eng. Supertrend vielleicht die etwas bessere Variante. Aber eins von diesen Nachzielmechaniken, ihr könnt es ja auch im Stunden-Chart dann machen, also ein bisschen dann noch eine Stufe enger als das. Das ist für die Trader, die können das ja selber immer nachgucken, für diejenigen, die jetzt nicht so eng dran sind am Markt, rechnet einfach damit, dass selbst ein Rücksetzer bis 34.800 beim Future in etwa als grobe Orientierung dieser Punkt, idealerweise der nicht mehr so richtig unterschritten. Das wäre sowieso schön, dann haben wir wenig Überschneidung und ihr seht, diese gleich große Marke ist eh ungefähr auf der Marke, also 16. Juni hoch, idealerweise nicht mehr so großartig unterschreiten. Und wichtig, dann müsste die Abwärtsbewegung korrektiv sein, dann wäre das in Ordnung. Alles, was oberhalb ist, ist sowieso gut. Also es spricht nichts dagegen. Wer übrigens sich beim DAX oder jetzt auch beim Dow die Frage stellt, ja soll ich dann jetzt noch einsteigen? Nein, jetzt nicht mehr. Wir sind so weit gestiegen. Jetzt wartet ihr wieder auf den Rücksetzer und guckt dann, dass ihr einsteigt. Der Markt macht doch diese Rücksetzer, egal ob in großen, in kleinen, in mittleren Größen. Ihr werdet solche Rücksetzer sehen, wartet darauf. Nicht jetzt einfach nur einsteigen und sagen, okay, ich mache jetzt da einfach mal. Das würde ich nicht zwingend empfehlen. Dann der S&P 500. Der zeigt sich hier schon so ein bisschen mit Schwäche. Also der ist schon ein bisschen in der Umkehrung aktuell. Also möglicherweise ist da der breite Markt, wir den Nasdaq gucken uns gleich noch an, schon ein bisschen auf der Höhe, dass er sagt, wollen wir eine Pause machen oder wollen wir sie nicht machen? An dem bullischen Bild ändert sich deshalb natürlich gar nichts. Also ich bleibe da weiter vorläufig auf der bullischen Seite. Machen wir mal diese Zeichnung hier weg da. Ich bleibe da weiter erstmal auf der bullischen Seite. Da spricht vorläufig erstmal nicht großartig was dagegen. Also auch Rücksetzer, wenn wir jetzt hier in den Bereich 4560 irgendwie so zurückkommen, denkt immer dran, das sind durchaus typische Korrekturmuster, wenn er so eine Seitwärtskorrektur macht, dann nochmal bis dahin. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie das der DAX macht. Also bis dahin ist es erstmal sowieso völlig unkritisch. Achtet vielleicht noch drauf. Schöner ist es natürlich, wenn die Korrektur dreiwellig ist. Dann haben wir nämlich unter Umständen auch nochmal Zwischenniveaus, wo wir einsteigen können. Also ihr seht, so richtig hat man nicht den Eindruck, dass die Marktteilnehmer massiv aufgegeben haben. Aber rechnet damit, dass natürlich irgendwann auch mal eine etwas größere Korrektur kommt. Da seid ihr jetzt gefragt, ob ihr mit engeren Stopp-Varianten arbeitet, damit ihr das nicht erleiden müsst, während die Pause ist. Dann ist nämlich doof, wenn man daneben sitzt und dann sieht, oh jetzt schwindet das ja alles wieder. Oder ob ihr sagt, ich mache es weiter weg, ich bin noch nicht so doof und gehe dauernd wieder rein und raus und es ist mir alles zu mühsam und hin und her macht Taschen leer. Das will ich ja alles nicht. Ich will den groben Trend eben haben. Dann braucht ihr aber dann gegebenenfalls einen etwas weiteren Stopp. Ihr erinnert euch, die Maßgaben sind im Prinzip entweder diese engere Variante, das wäre dann quasi irgendwie so was in dieser Richtung, auf das aktuelle Niveau gerechnet. Also ungefähr die grüne Marke ist 4.500. Alles, was da oberhalb ist, würde mich überhaupt nicht in Rage bringen. Die nächste größere Korrektur, das wäre dann allerdings dann erstmal diese Strecke dann nochmal runter gemessen und würde dann sogar noch bis dahin gehen. Das finde ich dann ein bisschen zu weit. Also das wäre immer noch in Ordnung. Also auch hier jetzt so ein Rücksetzer, wenn er jetzt wieder so ein Rücksetzer, kann er immer noch nachher weiter nach oben gehen. Aber da würde ich dann lieber vorher wieder rausgehen und sagen, da mache ich lieber später wieder mit. Aber da seht ihr, da ist jeder vielleicht ein bisschen anders getickt. Manch einer sagt sich, wieso? Ich kann das auch aussitzen. Dann wären die Stops hier unten ungefähr 4.200. Diese Hochs, die wir hier haben, wenn er dann oberhalb bleibt, alles safe. Die engere Variante 4.500. Jetzt könnt ihr immer wieder anpassen. Guckt euch die letzten Rücksetzer dieser Art an von der Größe und sagt vom höchsten Punkt messt ihr das Ganze runter. Das müsst ihr eben notfalls aushalten können. So Intraday, eventuell ergibt sich da für den einen oder anderen nachher eine Chance. Nehmen wir mal an, der macht jetzt sowas und korrektiv hoch. Dann ist das natürlich die starke Seite, wäre das vorläufig die schwache Seite und Rücksetzer. Und ihr seht schon, selbst Rücksetzer dieser Art wären überhaupt nicht kritisch für das übergeordnete Bild und könnte man vielleicht für kurzfristige Shorts noch mal nutzen. Das wäre noch in Ordnung. Eine andere Variante ist, immerhin der letzte Anstieg war relativ stark. Wenn das eine A, B, C oder wackelig hier wieder in die Mitte reingeht, dann haben wir hier den nächsten Long-Einstieg wieder. Das hängt jetzt davon ab, was wir hier bekommen, ob wir hier was Wackeliges runterbekommen, also sprich A, B, C oder mehrfach mit Überschneidung. So ein bisschen so ähnlich wie das, was wir hier hatten. Dann ist das eher ein Zeichen für noch mal nach oben, also auch hier hinten. Wenn wir hier jetzt allerdings was sehr Steiles bekommen und dann die Gegenseite aber ganz wichtig korrektiv ist, dann wäre das eben ein Zeichen für die Abwärtsseite, was das übergeordnete Bild überhaupt nicht stört. Das ist ein bisschen wie auf dem Spielplatz, da wird ein bisschen vor und zurück. Ja, und die langweiligen Eltern, die sitzen daneben und sagen, ja, dass die Kinder mal hin und her laufen, das stört doch niemanden. Ja, dann macht er mal hier, macht er mal da. Kann man durchaus mal mitlaufen lassen. Wie sieht es beim Nasdaq aus? Natürlich, die groben Marken sind hier die gleichen, also da hat sich ja nichts dran verändert. Nochmal hier die ungefähre Ansage um die 15.000. Ist alles noch in Ordnung für die Übergeordneten. Wir haben hier jetzt einen interessanten Ansatz. Das wird jetzt relativ spannend vom Verlauf, denn wir hatten hier so einen steilen Rücksetzer und ihr wisst, ich bräuchte jetzt so eine ABC-Kiste und so ein bisschen sieht das ABC aus für so eigentlich wie eine Seitwärtskorrektur, weil die sehr ähnlich sind von der Höhe, ist das so ein bisschen Seitwärtskorrektur mäßig. Das habe ich euch ja ganz häufig schon versucht zu zeigen an verschiedenen Beispielen, wie so eine Seitwärtskorrektur aussieht. Es wäre durchaus noch das hier möglich, was wie gesagt übergeordnet ja bis 15.000 sowieso niemanden stören würde. Übergeordnet, ganz normaler Rücksetzer wäre. Ein bisschen sieht das dann nach aus. Dann müsste er aber jetzt auch bald nach unten kommen. Wird er jetzt nur wieder wackelig runtergehen und weiter nach oben? Ja, dann hat sich das Ganze erledigt und wir sind auf dem Aufwärtsarm und bleiben immer auf der Longseite, sprich korrektive Bewegung eher nach unten und Anstiege nach oben. Also insofern eine wichtige Frühindikationsmarke ist besser, das nicht mehr zu durchstoßen hier an der Stelle. Das wäre eigentlich die schönste Variante. Wenn er oberhalb bliebe, dann wären wir nämlich überlappungsfrei und dann hätten wir dann unseren Fünfweller überlappend und der nächste Rücksetzer, der kann dann wieder in die Mitte von dort nach da zurückgehen. Dann darf er wieder überschreiten. Aber die ähnlich großen Korrekturen sollten natürlich nicht überschreiten, überschneiden. So, also ihr seht, alles immer noch auf der bullischen Seite. Ihr seht, ich habe nicht so einen hundertprozentigen Plan, was ja jetzt passiert. Das habe ich fast nie. Aber ich weiß, wie ich damit umgehe. Nämlich, wenn wir jetzt, naja, die Marke in dem Fall ist relativ weit weg. Das gibt kein so ein schönes CFV. Normalerweise wäre es diese Zwischentiefmarke. Wenn ihr die durchstößt, gehe ich short. Aber ihr seht schon, ich erwarte dann ungefähr das und der Einstieg hier, das gibt mit der Mindestzielerwartung hier kein so gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Das heißt, wenn ich hier jetzt short gehen sollte beim Nasdaq, dann muss es irgendwas sein im 15-Minuten-Chart oder wir können auch im 5-Minuten-Chart gucken beispielsweise. Dann möchte ich hier im Prinzip einen Schub runter. A, B, C oder von mir aus auch noch mal einmal hoch in die Mitte rein. Was war das mit der Mitte? Höchster Punkt, tiefster Punkt. Wenn er nicht zu hoch, nicht zu tief, also idealerweise in dieser blauen Kiste, wer es nicht lesen kann, 800, ich sage mal 815 bis oben 850 in etwa. Ihr könnt es ja selber zeichnen, je nachdem, was ihr da für einen Chart für euch habt. Dann wären einfach diese Zwischentiefs hier die möglichen Trigger für eine Fortsetzung, dass das, was hier passiert, da hinten nochmal passiert und ihr seht, das ist auf jeden Fall etwas Lohnenswertes, weil hier haben wir relativ viel Zielweite noch bei einer überschaubaren Stopweite. Also ihr seht, wenn das ungefähr so aussieht, ist das eine wunderschöne Trading-Geschichte, die man da machen kann. Also Hausaufgabe, lieber Chart, lieber Marktteilnehmer, macht mal das oder von mir aus auch noch diesen Schlenker hinten dran, dann haben wir nämlich ein wunderschönes Trading-Beispiel, was man nachher für einen Zwischenschort im bullischen Markt nochmal nutzen kann. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und liebe Grüße.